Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe wieder eine Box für euch und zwar ist es die Shapebox. Sie hieß vorher Gimondo Box, die hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Und ja, sie kommt jetzt in einem neuen Design daher unter Shapebox, also nicht mehr Gimondo Box. Das wurde geändert. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal da rein, was sich hier so drin verbirgt. Und so kommt das Ganze hier her. Hier haben wir einmal so ein Shopping Pocket Buch dabei. Dann einen Flyer für fitnessraum.de fit werden und Spaß haben. Online Fitness Studio. Sieht so aus. Und dann haben wir hier einmal das Heftchen drin, wo alle Produkte drin stehen. Und so sieht die Box hier übrigens von innen aus. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem, was am ersten Blick auffällt. Und zwar ist das hier ein Tee und zwar ein Kappertee. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie einen Kappertee und bin beim DM immer dran vorbeigesprichen. Und hier haben wir jetzt einen Be Happy Tea, Bio-Gewürztee mit Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Hört sich sehr, sehr lecker an. Ich werde auch gleich mal eine machen. Wenn man die Box hier aufmacht, riecht man schon diesen Ingwer raus. Das riecht so, so lecker. Ja, freue ich mich schon drauf. Dann haben wir hier so ein Säckchen drin. Und das ist von Himmelgrün Natur. Relax your mind and body. Das Säcker nach einem anstrengenden Arbeitstag oder einem ausgiebigen Workout in Kopfnähe positionieren und den herrlichen Duft der Kräuter einatmen und genießen. Natürlich, weil es gut ist. Und hier ist drinne Hopfen, Zapfen, Melisse, Lavendelblüten, Pfeffer, Minze, Haferkraut, Zirbe. Mit reinen Naturkräutern wirken berührend auf das Nervensystem und erleichtern die mentale und körperliche Entspannung. Die österreichische Zirbenflocke senkt nachweislich die Herzfrequenz und fördert den Schlaf. Kneten intensiviert das Dufterleben. Also, das riecht lecker, Leute. Also, ganz, ganz kräuteriger Duft. Gefällt mir richtig gut. Der Lavendel, die Minze. Oh, wirklich toll. Also, das werde ich mir auf jeden Fall ins Bett legen. Und mal schauen, ob man dadurch wirklich besser und tiefer und schneller einschlafen kann. Dann haben wir hier drinne eine Bioproteinkugel, Kokos und Limette. Das sieht so aus. Dann haben wir hier viermal das Tete-Sep basische Badesalz Detox Pure drinne. Neutralisiert die Säuren auf der Haut. Auch sehr interessant. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Ich glaube, ich fand es nicht schlecht für die Haut und alles. Hier haben wir ein kleines Päckchen drinne. Und zwar von Schimpanse Energy Juice Forest Food Vitamins. Das sieht so aus. Dann haben wir hier ein Produkt von Bilou drinne. Und zwar den Coco Cocktail from Bilou 2 in 1 Body Spray. Cremiger Kokosnuss und tropischer Madagaskar Vanille. Ah, es hat einen deswegen auch 2 in 1. Also man hat praktisch einen Deo-Effekt und einen Body Spray. Und jetzt schnuppern wir mal dran. Oh, das riecht wie Bounty. Sehr, sehr lecker. Ja, gefällt mir gut. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann haben wir hier so ein Riesenpaket Shake-Pulver drinne. Also so Shakes mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, aber ich glaube, man kann das immer auch gut für so Pfannkuchen hernehmen. So Pancakes oder so Proteinwaffeln. Und da werde ich das mal ausprobieren. Weil, wie soll man sonst so eine Riesenpackung aufbrauchen? Genau. Also das Gekräuselzeug hier staubt heute extremst. Wir haben hier von Locost eine Body Lotion drinne. Und zwar diese hier, die Purfem. Oh, die riecht sehr, sehr gut. Sehr schöner, leichter, frischer, angenehm, weiblich, warmer Duft. So würde ich es jetzt beschreiben. Ich bin einfach nicht gut im Beschreiben. Aber so finde ich, riecht es sehr, sehr lecker. Ja, gefällt mir gut vom Duft her. Von Velida haben wir hier einen Lip Balm drinne. Das ist dieser hier. In der Farbe Nude. Ich habe den jetzt mal hier hingeswatcht und der ist wirklich Nude. Also wirklich eine ganz, ganz hauchzarte Farbe. Riecht sehr angenehm. Und da bin ich echt mal gespannt, wie da die Pflegewirkung ist. Und dann haben wir nur noch ein Produkt hier drinne. Und das ist das Teilchen hier. Eine Faszienrolle. Die ist von Soft X. Und die sieht so aus. Also ist einfach so eine feste, also richtig feste Rolle. Und hier ist auch eine Anleitung drinne. Genau, also es gibt hier so Triggerpunkte, wo man das anwenden kann. Und hier sind auch ein paar Übungen für die Handgelenke, für die Arme, für die Fußsohle mit dabei. Kann man sich hier praktisch anschauen. Ja, bin ja auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt drauf. So eine wollte ich schon lange mal ausprobieren. Aber ich hatte schon mal einen Kurs im Fitnessstudio mit so einer, wie hießen die denn? Das waren so zwei Bälle in der Mitte, etwas schmäler. Und da hat man sich die Wirbelsäule praktisch damit, ja, wie sagt man, gerollt oder so. Und das hat so gut getan. Das war wie eine Massage. Und da bin ich jetzt echt froh. Ich bin auch mal gespannt. Da war ja dran gestanden, dass man sie auch gut für die Unterarme hernehmen kann. Und ich habe momentan das Problem bei mir in der Arbeit, dass ich, ich arbeite ja viel am Computer. Und dass ich dann halt wirklich Schmerzen teilweise im Unterarm habe. Und ja, vielleicht kann man damit ein bisschen aushelfen, dass man da, dass es sich ein bisschen beruhigt. Und ja, probiere ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne aus. Und ja, ihr Lieben, das war jetzt die Box schon fast im Schnelldurchgang. Ich bin mega, ich bin mega begeistert von der Box. Einfach, weil man hier so Produkte drin hat, wie sowas, einfach zum Ausprobieren, was ich echt cool finde. Und dann einfach lecker Tee und auch so Sachen zum Probieren. Also sowas ist ja auch nicht gerade günstig. Und ganz im Ernst, meistens schmückt das eh nicht. Auch diese Gummibärchen hier zum Beispiel. Dann genauso aber auch, dass man hier einfach so Beauty-Sachen drin hat. Finde ich mega cool, weil man halt einfach so eine Auswahl von verschiedenen, meist sinnvollen Produkten hat. Also das ist nicht alles sinnvoll, beziehungsweise man kann ja nicht immer alles verwenden. Aber ich finde das echt cool und deswegen mag ich solche Boxen. Und ich glaube, das Highlight der Box ist einfach dieses Säckchen hier. Weil das riecht so, so gut. Ja, sowas mag ich. Und klar, die Box kostet das Doppelte von einer Glossy-Box. Das ist logisch. Dafür kommt sie auch nur alle drei Monate. Und man hat halt wirklich eine Auswahl an Produkten, die einem gefallen. Vielleicht auch manchmal nicht. Aber bis jetzt hat mir jede von diesen Fitness-Boxen sehr, 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 sehr gut gefallen. Und man konnte mit allen Produkten irgendwie was anfangen. Und ja, deswegen liebe ich sowas. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir auch wieder das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss! 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 Tschüss!